Die St. Galler Kantonalbank hat das erste Semester mit einem Gewinn von über 91 Millionen Franken abgeschlossen. Das sind rund 3 Millionen Franken weniger als im Vorjahr. Im letzten Jahr haben uns die Finanzmärkte noch einen zügigen Rückgewinn gebracht. In diesem Jahr hat uns ein nicht weniger starker Gegenwind entgegengeblasen. Das hat zu diesem leicht tieferen Gewinn geführt. Für uns entscheidend ist aber, dass wir auch in diesem Jahr weiterhin ein hoches Vertrauen bei unserer Kundschaft geniessen. Sowohl Kundenausleihungen wie auch Kundenvermögen sind, was das neue Geschäftsvolumen angeht, sehr gut gewachsen. Insgesamt um 1,8 Milliarden Franken. Das sind aufs Jahr gerechnet über 4 Prozent. Besonders erfreulich ist, dass das Wachstum aus strategisch wichtigen Kundengruppen kommt, vor allem von den Privatkunden, den institutionellen Anlegern und den externen Vermögensverwaltern. Die Schweizerische Nationalbank hat im Juni zum ersten Mal seit fast 15 Jahren den Leitzins erhöht und damit auf die Inflation reagiert. Wir begrüssen, dass die Negativzinspolitik wohl bald der Vergangenheit angehören wird. Unmittelbar sind für uns die Auswirkungen aber negativ, weil viele Kredite, die wir noch zu alten Zinsen vergeben haben, noch länger laufen. Und weil die Bewirtschaftung der Freigrenzen, die die Nationalbank uns Banken gewährt hat, wegfällt. Zurückhaltend sind zurzeit auch die Finanzmärkte. Je höher die Zinsen und die aktuelle Weltlage führen zu Sorgen, wie sich die Konjunktur weiterentwickeln wird. Aus diesen Gründen rechnen wir für das ganze Geschäftsjahr mit einem Ergebnis unter dem Vorjahr, aber mit einer gleichbleibenden Dividende.